So, jetzt aber richtig, deswegen moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Folge 2. Hier ist mal ein kurzer Cut von dem, was noch bei der Aufnahme von dem Alten passiert ist, weil ich es nochmal von Anfang an durchspielen musste. Okay, diesmal wirklich bei 3, weil hier ist nämlich kein A, wo man drücken kann. Yep, diesmal wirklich. Ah, okay. Macht aber irgendwie keinen großen Unterschied, muss ich sagen. Das finde ich immer schade, wenn die Entscheidungen einbauen, dann sollte das schon irgendwelche Einflüsse drauf haben, weil genauso wie erst, wo ich den Status verkackt habe, der dann gleich mitkommt, wo ich dir halt eine rechte Reihenfolge antippen muss, ich habe halt nichts gemacht und trotzdem hat es geklappt. Also, ja, ich hoffe, das machen sie noch bei anderen Sachen dann besser, weil da bin ich kein so Fan von, wenn der Butterfly-Effekt überhaupt nicht berücksichtigt wird, sage ich mal. Und damit wieder, willkommen zurück zur eigentlichen Zeit. Und, naja, jetzt hoffe ich mal, dass keiner mehr anruft und ich das richtig durchspielen kann hier. Ja, ohne Unterbrechung und mal gucken, ob ich jetzt in diesem Kreis Aktion hier durchkriege. I'm on it. Diesmal war richtig. Okay. Ah, jetzt sehe ich das. Also, okay, es ist eigentlich so einfach, aber dieses kleine rote Vieck, das habe ich halt kaum gesehen. Ich hoffe, dass jemand da sitzt, wenn jemand da sitzt, wenn jemand da sitzt, wenn jemand da sitzt. Oh, Sam. Wir haben geblieben geblieben. Wir haben stabilisiert. Okay. Ich denke, ich denke, wir sind okay. Hör, ich werde dich auf die externe Kameras verlagieren und sehen, ob wir eine bessere Sicht von der Station bekommen können. Aber ohne die Verbindung zur Erde, zur Houston, hier kann man im Weltraum, kannst du ja nicht großartig irgendwelche Reparaturen durchführen. Das wird schwierig. Ich verstehe. Wir sollten genau über Houston sein. Kannst du irgendwelche Schmerzen, Sam? EAS-12 ist still tethered with unusual structural damage. It's like a hole has been cut out of it. What would do that? Okay. Haben wir vielleicht noch hier unten was? Die Kamera bewegt sich so ausch langsam, dreh doch schneller. Ah, stimmt. Ich habe ja fünf Kameras hier im Spiel. Wir müssen natürlich auf die Kurs. Die Schmerzen sind nicht zu schwer. Nur isolierte Stücke. Trotzdem, es schadet nie, nochmal genau alles abzuchecken, ob hier nicht wirklich irgendwas ist. Hier ist schon alles in Ordnung. Oh Gott, ist das laggy. Eher ist ja bei Technik wie vorne und hinten noch was. Oh, hier ist was. Die RU-Arm-Upper-Module sind schadekriegt. Die Schadekrieg sind zu schadekriegt in die Schadekriege. Okay. Dann haben wir das. Kamera für. Was hast du für uns? Halt. Auf zu wackeln, sonst sehe ich nichts. Der C-N-Arm ist schadekriegt. Oh Gott, May. Das ist der Code, der ist ange... Ich wollte gerade sagen, ist das der Saturn? Ich glaube ja. Es gibt aber auch keinen Befehl, um das abzulehnen. Ich konnte es bloß annehmen. How did we get here? Ja, das frage ich mich auch. Sag jetzt nicht, dass Spiele... Sag mir jetzt bitte, das sind nicht die Credits, sondern das Intro. Ansonsten wäre das echt ein bisschen wenig. Ich meine, doch, ich gehe mal stark davon aus, weil ey, es ist jetzt im Prinzip noch gar nichts groß passiert. Und dafür auch bei der Kernübersicht, wo ich ja erst mit drin war, da waren ja auch, äh... Plus zwei von... Wie viele waren es 45, 65, ich weiß es nicht mehr, die Daten, die angezeigt wurden und das nur beim Schriftverkehr. Ich hoffe, die Musik ist nicht copyrighted, weil auch wenn sie ein bisschen creepy ist, finde ich sie mega. Aber was zur Hölle wollen die beim Saturn? Ich habe nämlich überlegt, war das die Venus oder der Saturn mit dem Ring drumherum? Das war der Saturn. Aber ey, ich bin gespannt, ob was für eine Reise das hier geht, aber jetzt kann ich ja doch mal ein bisschen noch aus dem Liegkästchen plaudern. Was nämlich so das ganze letzte Jahr über passiert ist, war größtenteils wirklich nur die Zeit, erst mal drüber nachzudenken. Erst mal Willkommen Observation. Erst mal drüber nachzudenken, was ich hier mit meinem Kanal machen will. Eigentlich habe ich überlegt, ob ich vielleicht nochmal einen kompletten neuen entwerfe, aber dann würde ich Playlists vom Alten fortführen und das dann immer so hin und her. Das wäre nur Wischiwaschi geworden, deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache einfach nur einen neuen Namen, neues Branding, neues Design, alles was mit dazugehört. In dem Sinne, es ist ein neuer Kanal in dem Sinne und von daher auch an alle Neukömmlinge, hallo, Abozahl, ignorieren, ist noch vom Alten Kanal sozusagen. Aber dann schauen wir jetzt erst mal, wo wir die werte Damen hier hin begleiten dürfen. Ich habe bereits deine Kursysteme angefangen. Okay, wäre ich auch an deiner Stille. In any way, without you, I'm not going anywhere, so... Welcome back. Okay, first off. Let's try this again. Sam, voice authenticate. Dr. Emma Fisher, 140412. Das kriegen wir hin. Ich hoffe, es gibt da noch irgendwie ein Upgrade, dass man das schneller scannen kann, ey. Für eine AI ist das verdammt langsam. Okay. Okay. So, Sam. Hier ist das Problem. Ich bin jetzt in der EAS-Arm. Ich glaube, es ist mit dem Power, aber viele der Hatchen sind voll in der Lockdown. Also, ich werde hier etwas anderes versuchen. Okay. Das ist Audio, zumindest. Fast da, nur ein Sek. Okay, ich will es. Hier geht's. Hallo. Tatsache. Ich kann... Cool! Du kannst Teilen der Station, die deine Kameras nicht sehen können. Und... ... es lässt dich wunderschönig zu nicht-Station-Devizen... ... wie Laptop. Sieht gut, Sam. Okay? Mal schauen, ob du es umsetzen kannst. Fliege zu mir. Nicht nur vorwärts. Great. Jetzt rühre 180 Grad, um mich vorwärts zu fliegen. Und fliege zurück. Irgendwie... ... drehen um die eigene Achse. Guck mal. Okay. Ich komme! Juhu! Gut. Gut. Es gibt mehr Kontrollen für Translation und Rotation... ... aber ich lasse dich herausfinden. Du solltest trotzdem die Objekte identifizieren... ... und informieren zu mir, wie bei einer anderen Kamera. Probier's jetzt. Wo gibt's denn hier eine Kamera? Ist denn irgendwo hier oben mit, oder... Da ist eine Kamera zum Beispiel, glaube ich? Oder... Boah! Gott, wenn sich das alles so umeinander dreht... ... ey, da wäre ich kirre! Connectionsspher ist offline. Okay. Great. Das funktioniert. Jetzt. Du kannst dich von der Spher aus der Spher... ... und zurück in deine Haupt-OS, wie vorher. Okay. Probier's jetzt. Dings anklicken, um die Verbindung zur Spher zu lösen. Hup. Ne, das passt nicht. Ah! Das Spher-Tracking ist online, also ihre Location wird auf deiner Station-Map. Was ist das? Um die Spher zu deiner Spher zu deiner Spher... ... kannst du direkt direkt von deiner Spher zu deiner Spher... ... oder kannst du eine nahe Modul-Kamera benutzen, um sie zu erzielen. Deine Spher zu deiner Spher zu deiner Spher zu deiner Spher. Great. Can't believe that all actually worked. Hey, so funktioniert, wo was in dem Saftlein... Huch. Ah, mit Ernst zu kann ich mich umdrehen. Huiiii. Entschuldigung. Ich bin Ernst. Ich hab dir leider nicht zugehört. Experimentelle Größheiten, um Details anzusetzen. Okay. Ich meine, immerhin ist hier die Tür offen. Von daher schauen wir einfach mal, was wir machen können. Auf jeden Fall sollten wir jetzt hier einiges an Daten aufnehmen können. Ich meine, bei dem Laptop erst werden wir wahrscheinlich nicht mehr... Huch. Oh Gott, ist die Drehung... ...merkwürdig. Äh... Nichts bei den Daten rausziehen können, weil da hatte ich ja schon drauf zugegriffen. Von daher, ich werd mich einfach mal hier umschauen. Ach joa. Boah. Ich hab ja auch ewig gehofft, dass irgendwann mal... Komm, raus hier. Up. Up. Äh... Wie kann ich denn eigentlich... Gibt's denn nicht eigentlich auch ne... Mir fehlt noch ne Taste, um einfach zu steigen und zu sinken. Ah. Laptop. So kann ich das nämlich ausmachen, wo das alles steht. Ach toll, der hängt genau an der ungünstigen Stelle. What should I do, please, could tell you me. Please repeat your previous request. Get to the EFR. I think it's an EAS-1. But it might be locked down. What the Hölle is EAS-1? Warte mal. Achso, hier steht's ja. Ich bin ja gerade in der Nummer 6. 5. Also einfach hier... ...dem Gang... ...folgen. Sam? Was das du? Ich denke, die Backup-Batterien sind zufrieden. Warte mal kurz. Ach, kein Scheiß! Oh, okay. Ich habe ein paar andere Systeme gewechselt. Das scheint mir zu helfen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wir brauchen das EFR online. Ich bin dabei. Ah, die Tür ist kaputt. Kann ich ihr das irgendwie mitteilen? Autsch. Warte mal. Wo ist denn überhaupt der Plan? Warte mal. Ich bin jetzt hier bei... Wo zum Geier bin ich? Ich... Ich... Ich muss zur 1. Das ist hier hinten so. Und mein Ding... Bot... Wo... Wo... Wo parke ich gerade? Achso, Wegpunkt setzen. Hier. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wofür die sind. Dann setzen wir nämlich mal den Wegpunkt. Gehen zurück. Gehen wieder in das Teil rein. Dann müsste ich doch jetzt irgendwo einen Wegpunkt gesetzt haben. Oder? Wegpunkt. Hallo? Ich meine, ich bin ja gerade aus der 3 gekommen. Wo fahre ich denn jetzt gerade eigentlich hin? 3 hier hinten. Also bin ich ja schon richtig. Wenn ich in der 3 bin, dann muss ich rüber zur 2. Wo, 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 wo geht's denn hier zur 2? Weil ich will ja auch so viele Daten wie möglich mitnehmen. Dass man hier vielleicht rausbekommt, was hier passiert ist. Zuhause, alles gut. Message für Home, bitte, Sam. Hey, Leute. Es ist, like... 4 a.m. mit dir. Aber wir sind gerade nach Florida, und ich sah Jacksonville all lit up. Und es wird immer noch alt. Und... Well, ich wollte nur sagen, hey. Things are great up hier. Und die Arbeit geht weiter. Although, Houston ändert sich die Gedanken auf, was ich mich zu focusieren. Ich hoffe, dass ich noch mehr Infos bekomme. Still... Es ist alles gut. Message an, Sam. Okay. Immerhin. Kann ich ihr das irgendwie als Antwort durchgeben? Nein? Okay. Also, auf jeden Fall auch Buch. Emma Fischers. Schleifungsquartner sind geschlossen. Ah. Äh... Das war eigentlich nicht meine Antwort. Komm, Bü... So. Meine Absicht kommt böse. Es ist ein bisschen wonky. Aufwärmherd. Cool. Hier was vor. Ich frag mich auch, wie viel CO2 ich hier eigentlich hab. Ah, Wegpunkt. Da ist er ja. Sehr schön. Dann gehen wir mal auf den Modul-Modus. Oha. Machen die Tür öff. In Ordnung, dass die nicht beschädigt ist. Nicht das mit der hier alles um den Ohren fliegt. Benötigte Schallplan-Daten nicht gefunden. Gedrückt halten. Verbindung starten. Verbindung ziehen. Was? Also fehlt mir der Schallplan. Okay. Den finde ich jetzt. Wo? Uch. Was war da? Irgendwas hat... Ah, hier. Tragbare Atemmaske. Äh... Weil ich hab doch erst in dem Hauptraum war doch ein Schallplan, glaub ich. Sphären-Upgrade erforderlich. Okay. Nee. Mensch, wo war ich denn erst? Hier. Bei dem Ding. Da kann ich doch bestimmt was machen. Ah nee, das war die Nachstellstation. Verb... 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 Verwirrt. Weil... Ich dachte hier komm ich weiter. Gibt es hier irgendwas, was mir hier weiterhelfen kann? Ah! Steuer-Konsoule des RMS Amts, da haben wir doch was! Thexp... Die Sucherstedate... Die Sucherstedate... Die Suche gestaltet sich hier noch ein bisschen schwierig, aber ... So langsam kommen wir vorwärts... der raumstation als vorkehrung verhinderte stromausfülle heißt das wäre mit strom also dauerhaft dass man die ganzen laptop schicken jetzt fern hat es genehmigt ich habe die firmen werden die luftschlöße gepackt zum scannen ok also wenn ich mal da draußen will haben wir auf jeden fall das nötige dafür hier gut zu wissen wir haben ja hier einen kleinen index von daher was können wir denn hier noch machen ich kann mich hier noch umschalten universal gemeinsamer andere kriegen fehlerhafte oder fehlende kartendaten zu sehen uns bitte irgendwas ok mainframe crewtracking kühlmittel stromteilung verbindungsleitung das ist so ein blaues symbol das ding ist aber ich sehe hier kein blaues symbol immer noch mal jetzt hier schon mal ein paar grad daten mehr knotenpunkte verbinden genau und hier ist die eins so diese ich habe nämlich gehofft dass ich hier mit dem links mit der sphäre irgendwas machen kann aber nein kann ich nicht weil die hier auch keine an dings gibt aber ach hier der laptop mensch einfach mal hinfliegen vielleicht gibt es nämlich in der steuerung schallplaniert na bitte ach zeich nur gott das hat gedauert sorry möglich dann versuchen wir es mal die tür zu hacken also von eins ist von da unten ein zwei drei hoch drei hoch zwei rechts drei hoch also ist es hat an lockt ach so alles klar ich muss erst mal entriegeln von daher brauche ich l3 das ist der da oben das ist der 1234 der fünfte von oben rechts und eins nach rechts dann nach links fünf von oben eins nach links start drei nach links drei hoch zwei rechts zwei runter und direkt darüber fünfte 1 3 3 2 2 1 ok 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 so manchmal bin ich doch okay wohin aber diese luke führt sehen wir in der nächsten folge die wird jetzt vielleicht ein bisschen kürzer ist nämlich schwer abzuschätzen aber auf jeden fall sehen wir uns in der nächsten folge observation es ist interessant auf jeden fall also ich bin echt curious wo das hier noch mit hingehen soll was dafür verantwortlich ist wer auf meinen system als sam zugegriffen hat dass mich dazu veranlasst hat hier die crew entweder weg zu schicken wo die anderen abgeblieben sind was zum fick hier passiert ist und dann sehen wir mal bis dahin sage ich diesmal aber auch die lü letztens habe ich die verabschiedung vergessen diesmal nicht von daher bis zur nächsten folge und lasst mich in den kommentaren wissen ohne zu spoilern ob es noch irgendwelche wichtigen tipps gibt vielleicht so zur bedienung dass ich da ein bisschen leichter klarkomme kann ich jede hilfe gebrauchen ansten bis zur nächsten bis zur nächsten hilfe genau bis zum nächsten video tülle